Bremen 1, die Chronik. 21. Februar 1919. Heute vor 100 Jahren fiel der erste Ministerpräsident des Freistaats Bayern, der Sozialist Kurt Eisner, einem Attentat zum Opfer. Peter Mayer-Hüsing. Der Attentäter zögert nicht. Kaum hat der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner das Regierungsgebäude in Begleitung von Leibwächtern und Mitarbeitern verlassen, tritt Anton Graf von Arko auf Fallei von hinten an Eisner heran und schießt ihm mit einer Pistole zweimal ins Genick. Eisner ist sofort tot. Der Mörder wird überwältigt und lässt mit einem schriftlichen Geständnis keinen Zweifel an seinen Motiven. Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er verrät das Vaterland. Kurt Eisner war auf dem Weg in den Bayerischen Landtag. In seiner Tasche trägt er seine Rücktrittsrede, denn wenige Wochen zuvor hatten seine linken Sozialdemokraten der USPD die Landtagswahl klar verloren. Das sah im November noch ganz anders aus. Zwei Tage vor dem Ende der Monarchie im Reich führt Eisner die Revolution in Bayern an. Es lebe der Friede, schrien in diesem Augenblick um mich herum die Leute. Friede, Friede, pflanzte sich fort und scholl weithin. Und brausend riefen alle, hoch Eisner, hoch die Weltrevolution. Erinnert sich der Schriftsteller Oskar Maria Graf. An diesem 7. November wird der Freistaat Bayern ausgerufen und Ludwig III. flieht aus München. Ein Arbeiter- und Soldatenrat wählt Eisner zum Ministerpräsidenten, obwohl der ein Berliner Jude ist. Eisner und seine Mitstreiter initiieren soziale und politische Reformen, wollen Rätesystem und Parlament verbinden, nicht gegeneinander ausspielen. Wir sind auf dem Wege zur 44-Stunden-Woche und werden noch weiterkommen. Wir haben heute das freieste Wahlrecht der Welt. Ist das gar nichts? Vier Wochen nach der Revolution? Doch die rechte Hetze und der politische Druck gegen die Regierung Eisner wachsen stetig. Bis zum Mord an dem ruhigen, intellektuellen Revolutionär. Seine Trauerfeier gerät mit über 100.000 Teilnehmern zur politischen Demonstration. Heinrich Mann spricht bei dieser Gelegenheit. Die 100 Tage der Regierung Eisner haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht, als die 50 Jahre vorher. Eisners Mörder wird erst zum Tode verurteilt, später begnadigt und ist vier Jahre später bereits wieder auf freiem Fuß. Erschossen hat er den Sozialisten und Begründer des Freistaats Bayern, Kurt Eisner, heute vor 100 Jahren. Bremen 1, die Chronik, jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.